Hallo und willkommen zurück mit meiner Krone, die Prinzessin mit der Krone, dann bin ich also Königin. Prinzessin auf der Erbsen. Ja, voll, ich bin mit dem Erbsen. Ja, ich bin Marien. Ich weiß noch nicht, warum ich mich freue, weil ich... Warum bist du nicht tot? Warum bin ich tot? Weil du eh in den Abgrund... Warum sind wir tot? Das war mit Abstand eines der schlechtesten Starts, die wir irgendwie... Ich bin gefragt, warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Ich will ihn dann, klopft es an, bitte. Ja, Katze! Nein, ich bin tot. Sammelst du für mich wieder... Nein, ich sammel gar nichts ein, weil ich bin tot und wir haben kein Leben, aber wir sind so schlecht. Okay, hey, aber positiv. Wir haben wieder zehn Leben, die wir sofort... Und wir dürfen schon wieder Karnier werden. Du hast das Spielver... Du hast das Spielver... Du hast das Spielver... Nein, das Bänden drückt. Ich habe Fortsetzen gedrückt. Das Bänden drückt. Das erste ist das Spielfortsetzen. Du bist eine Hundengang, na? Ja, geh rein. Boah. Also das andere Level war zwar mit dem komischen Ding, aber... Aber das war ja... Ja, Flussfahrt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo, ich erwarte dir tot. Ich kriege eine Krise. Du kriegst da weiter. Nein, nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Was tust du? Da kommt keins. Gehst du bitte nach vorne, dass ich da... Oh nein. Ich bin tot. Was tust du? Bist du? Bist du nicht? Das hat jeder gesehen. Bist du nicht? Jeder schriftlich beweist. Ich bin draufgelegt. Ich bin schriftlich draufgelegt. Ich bin schriftlich draufgelegt. Ich bin schriftlich. Alles ist meine schriftlich. Ja. Oh mein Gott. Was war das? Warum ich wollte mir draufkleppern? Was tust du? 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 Emily. Das kann die Leute nicht mehr. Danke. Das kann ich irgendwas brauchen. Weil ich irgendeine brauche. Einfach rein. Und dann aufs Floßsteigen. Ui. Ich habe mich in der Mitte. Nein. Nein, habe ich gesagt. So. Also ich fahre hier entspannt Floßweil. Weilen uns. Ich bin da oben und fahre runter. Athletik. Ich wollte da oben sein. Du bist Athletik. Ja, aber da oben wäre der Stern wahrscheinlich. Du brauchst da nur raufklettern. Nein, nein. Was tue ich? Warum kann ich da nicht... Warum kann ich da nicht hochklettern? Das ist schlecht. Gott so viel schlecht. Nein. Ja. Und was bringt dir das, wenn wir in den Gardschimmer reinhüpfen? Weiß ich nicht. Ich bin trotzdem jetzt mal... Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts. Ich habe nur... Um Himmels Willen. Was machen hier bitte? Ja, freilich jetzt... Bitte nicht. Ich bin doch... Ich bin doch klein und süß. Ich bin doch so klein und süß. Und du bist wieder in den Tod kippt. Ja, du hast kein Leben mehr. Okay, passt. Ich bin nicht mehr da. Gut. I say goodbye. Bye. Irgendwie ist das, finde ich, das ist jetzt eine ganz schlechte Idee, das Bruder. Warum? Ich finde das, weil diese Türen niemand schaffen muss. Scheiße. Vor allem. Mhm. Siehst du? Das ist wenigstens überliebend. Wenigstens. Das ist liebend. Und dann noch labs waren sicher. Das überlebt... Ach, mein Gott ja. Siehst du das? Athletik hier. Meine Freunde. Athletik und Papa spring... Wo springe ich hin? Spring voll da rein. Und Papa springt. Und springt. Und springt. Ich will ihn nicht. Jetzt haben wir das auch noch ein. Nee, aber dann habe ich das und das will ich nicht. Ja? Ja, ich will das aber nicht. will ich nicht weil es war der tod ja das bringt mir nichts weil der stern wieder verloren ich habe das leben verloren sicher hat es nichts gebracht das waren fünf minuten des todes einfach jetzt 12 minuten 13 sekunden ja irgendwann wenn man gefühlt besser sind dass ich nie aus dem weg ich weiß wie man ihn besiegt ja mit einem Feuerball du musst ihn in so ein Ding reinbringen doch nein du musst den Feuerball da reinbringen nein sicher nein du musst ihn da reinbringen ja genau oh ja siehst du dann dann und dann oh musst du auf ihn drauf springen so wie du es machst hihihi ups Kommt immer irgendwo anders raus. Ach man, wir haben's nicht geschafft. Weit ich einfach spitze bin. Komm hier, komm hier. Aha, das war ich. Du musst ihn nur anstanden. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Das war mein Stern. Ich habe ihn besiegt. Du bist so entschuldig. Ich habe trotzdem die Krone, weil ich bin dreimal angeschlossen. Du musst 200, 400, 800 bekommen. Ich habe 4.000. Ich habe 8.000, 8.000, 8.000. Siehst du? Ich hole dich. 17.500. 11.000. Ja. Also wieder zurück auf das Geräusch. Wer kennt das? Du weißt es schon. Jeder kennt das. Ja. So, also weiter geht's. Ich drücke A. Nein. Oh, da ist ein Flitzchen. Waren wir da schon? Waren wir da schon? Waren wir nicht? Ich habe etwas gesehen. Oh, oh! Leben! Leben! Wir brauchen... Wir brauchen... Gibt es einen Cheat für unendlich Leben? Ja, ja. Das wäre gut. Also wir brauchen die Katzen. Also mein Glück, dass du eigentlich auch unendlich leben musst. Nö. Müsst du dein Inventar behalten einstellen? Ja, toll. Das ist der Folge schon gut. 1, 2, 3... Toll. Das war wieder voll schlecht. 1, 2, 3... Hey, 100! Was? Was ist das? Ein Leben zumindest. Ich bin nicht stimmiert. Zum Glück. Nein, das ist eine Beleidigung. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du auf sowas? Geh weiter jetzt. Überhaupt keine Ahnung. Komm, wir machen einen super tollen Level. Ne, machen wir nicht. Geh weg. Mach das niemals. Mach dieses Mal. Irgendwann machen wir das aber. 1, 2, 1, 1, 1. Was ist denn das jetzt? Warum geht's die Dache hin? Da ist eine Wolke, die Wind stürme. Da ist eine Wolke, die Wind macht. Weil ich Super Mario Odyssey kann. Wenn ich Super Mario Odyssey kann, kann ich diesen Level auch. Mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss Super Mario Odyssey beherrschen. Also nicht. Und beherrsche ich zu Quama Odyssey? Nein. Also? Kannst du das Spiel auch machen? Super toll. Dann wünschst du mich ließ. Ja, kann ich. Oh, 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 oh. Okay, jetzt haben wir sie wissen. Ich bin mal linder. Ein Champagne. Ja. Was tust du? Was tust du? Was tust du? Was tust du? Stammt da dagegen, dass das andere rauskommt da. Das ist so krass. Wolltest du mich gerade nicht rutschen? Nein, ich wollte ihn da. Oh. Total. Oh, warte mal. Ich möchte das ausprobieren. Nein. Ich möchte das ausprobieren. Ich möchte das ausprobieren. Okay, man kann ihn nur anhören. Wie kann man einfrieren, die Gegende? Verstehst du? Ich hab dir gerade deine Krone weggepustet. Du hast mich angestampft. Ja, das habe ich gedacht. Wohin die Akten sitzt da? Ist mir egal. Was tust du? Ui, 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 ui. Dankeschön. Ich will auch eine Schlüpfchen. Wenn ich ihn erwische. Nein! Was tust du? Was? Was war denn das jetzt? Ich erwische ihn und du fährst gegen die Wand und er ist weg. Was war denn das? Das war mega schlecht. Aber wir müssen da drüber. Ja, das ist ha-ha, toll. Und du siehst schon, wie schnell das raus und rein geht. Ja. Aber das gehe ich jetzt trotzdem? Ja, weil ich bin Stempel. Ich sterbe noch etwas, aber egal. Nein! Du bist so knastig. Lass doch die Krone einfach. Aber ich meine, der braucht die Krone. Ich? Ja, du kriegst das. Ja, bin ich wahnsinnig. Ich spring gleich mit. Ja, ich hab die Krone. Ja, die Krone. Ja, die Krone. Blablabla. Es war voll die Absicht. Du hast gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ach so, echt nicht? Nein, ich bin nur klein geworden. Du lebst ja. Oh, hey. Da oben, da oben. Aua. Da oben ist der... Ich wollte nur zeigen, dass der oben das Ding ist. Nein, nein, nein. So. Was machst du? Ich wollte eigentlich nur auf die Dinger drauf. Ich bin doch da weggeküpft. Glaubst du? Bitte. Ich weiß nicht, warum. Das ist so gut. Warten. Laufen. Laufen. Nein, das war zu früh. So. Stopp. Das war echt... Jetzt. Ich lass dich nicht mehr gehen, oder? Oh, mein Gott. Oh, schau, da geht's rein. Schau, wie gut ich da gelaufen bin. Wie gut war ich. Ich hab's... Das war ich. Hast du es nicht gemerkt? Ich bin in die Röhre rein, weil ich einfach so super gut war. Oh, warte. Ach so, das ist noch eine Fede, was du jetzt zeigst. Ach so, wie muss ich... Oh, das ist jetzt... Man kann nicht anspringen, und dann kriegt man auch den Weg. Ja, nee. Ah, ja, fahr mir weg. Tschüss. Oh, cool. Oh, cool. Lila. Also, wir müssen da wieder irgendwas einsammeln, gell? Oh. Oh, also ich hab jetzt kein... Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins soweit. Oh, super schlecht. Boah. Schlecht. Das ist super. Ich... Ich hau ab. Ich... Ich laufe nicht. Ja, ich bin einfach mal... Hallo? Ja. Oh. Ich hab ihn. Da, 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 da. Wie haben wir nicht? Ja, ich hoffe. Oh ja. Ja. Das heißt, oh, wir können das ineinander. Oh. 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 Ich krieg hier grad die ganze Zeit Schaden. Ja. Ich hau nie nix für. Doch, weil du einfach laufen willst. Ich will auch einen. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist... Garde. Und das schaffen wir auch nicht. Natürlich. Ich bin auf der Welt. Super. Wir haben alle drei Sterne. Ab und... SPRING! Haha. Haha. Ich kann immer wieder überfahren. Haha. Haha. Achtung. Letztens. Ui. Ui. Wie gehst du einen Eismann-Mann? Nein, ich hab keinen Eismann-Bahn. Wenn da will ich einen Schneemann-Bahn. Nein, ich bin da. Es ist Schnee. Weil wir auf dem Eis waren. Achso. Ja. Ja. Wo bist du auf dem? Ja, ich bin lustig. Du bist gerade... Du bist gerade... Was tust du? Oh, ich lebe! Was tust du? Ich lebe! Ja toll, danke. Ich lebe! Sorry, ich musste mich retten. Ja toll. Hättest du einfach mal nichts gemacht, wäre es besser gewesen. Entschuldigung. Was tust du? Was tust du? Was tust du? Stopp. Also. Drei, zwei, eins... Warte! Vollgasig. Vollgasig! Vollgasig springen! Hast du gesehen? Ich bin da voll super schnell reingesprungen. Hast du gesehen? Ich bin da voll super schnell reingesprungen. Du bist voll fies. Wir haben alles. Zeit? Nein. Wir haben das Problem für den Spiel. Nein! 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 Ich bin vorne runter gesprungen. Ich hätte auch einfach nur warten müssen. Ich hätte es alles so abgeschmissen. Da wäre so eh immer erst ins Meer geflogen. Das ist so gemein. Hey, ein kleiner Warn in einem Schlittschuh. Du bist voll fies, gell? Ist das schon klar? Aber ich gebe ihn trotzdem. Schau dir das an. Woah! 20 Punkte! Siehst du diesen legendären Abstand? Ich habe die Krone. Ich habe immer 20 Punkte so. Ja, voll. Mach du einen Stern eigentlich. Ich habe dich an Besiegt. Nein, das ist hier nicht. Besiegt. Oh, hellblau. Ein hellblaues Viechchen. Ja. Nein, Englila, tschau. Ich will Feuer. Lass mich runter. Nein, ich will nicht das. Ich will Feuer. Na warte. Wenn ich bin, ist das ein Kühlschwert. Ich will Katzen. Ich will Katzen. Ich will Katzen. Ähm. Ja. Jetzt passt. Das macht man so. Zack, 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 zack. Ja, ich bin das. Oh, hast du es gesehen? Ich habe einen Backflip. Du bist zum Backflip. So, komm. Also, komm. Was machen wir jetzt? Oh, da ist ein Makel losgekommen. Ich dachte vorher, das ist eine Spinne. Ja, du glaubst immer, alles ist eine Spinne. Ja. Sturm auf den Kugelwildi. Ja, ja. Nö. Ich bin ein Pitch. Ich bin nachher so eine Katze. Yes. Deswegen wollte ich eigentlich Feuer sein. Ich bin Feuer und Flamme für dieses Leben. Was machst du? Na was? Oh, na hoch. Und wieder runter. Vor was? Oh, Stop. Stop. Vor dem komischen Teil. Da. Ja, was? Du, du. Spring. Da hoch. Kratze. 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 Kratze, geht da hoch. Vielleicht kratze. Stammt mal. Spring mal. Keine Ahnung. Mach liegen das. Boah, hast du ja gar nicht gesehen? Oh, oh, oh. Stopp, stopp. Ich kann mich nicht mehr halten. Kann das kaputt machen? Okay. Schau mal. Schau mal, wie cool ich da... I believe I can don't fly. Schau mal, wie cool ich sterben kann. Kennt ihr das? I believe I can fly. Das Lied. Ich mach daraus, I believe I can don't fly. Ja, du kannst nicht. Ja, aber man kann es nicht mehr. Brut Eisen. Was mach ich? In der Fall, in der Fall, in der Fall. Komm mich retten. Komm mich retten. Ich töte mich doch selber. Ja, das sehe ich. Aber warum? Wo ist ein Stern? Wo ist ein Stern? Warum wo? Wo ist ein Stern? Ich doch nicht. Oh, da vielleicht. Jetzt bist du. Ich bin ja. Ja, das ist ein Stern. Eine, das ist ein Stern. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich hab dich gerettet, gell, übrigens, gell? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, meine! Ich hab die Zeit. Zwei. Schau her. Ich bin der erste Patient, Papa ist da. Kannst du bitte einfach einmal weitergehen? Ja, du gehst da unten. Ja, da unten. Ja, ja, du schießt einfach darüber. Lass du mal runter. Nein. Doch. Das ist gegendurch, ähm, nicht, 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 nicht lieblich. Ich denke mir, wir fliegen mit raus. Sachbeschädigung. Nein! Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? So macht man das. Als Erster. Schau, wie weit ich oben bin, weil ich Erster bin. Da ist Zeit! Du bist... Danke! Für was? Du bist da runtergesprungen, nicht ich? Ich bin da aus Versehen runtergesprungen. Aus Versehen. Ja, man kann alles mal aussehen. Oha! Ich bin so gewiss. Papa! Was soll das? Nein! Du fliegst mich um! Oh! Ein Glibbel! Ein Glibbel! Ein Glibbel! Ein Glibbel! Oha! 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 Das war richtig fies. Stimmt was? Ja, da kommt ein Kugel, den ich zerstört habe. Oha! Das war 10. Das war 1.000. Warum sollen das 10.000? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist für die... Das ist für die Kofis und das ist für die... Was ist das für die Kofis? Was ist das für die Kofis? Ja? Da wo du gerade gegangen bist, ist das für die Kofis. Ja, und für das andere... Das ist für die, die was kein Katze-Ding mehr haben. Das ist für uns. Das hat sie mir echt gesagt gefallen, bist du, oder? Du konntest einfach nicht hinlaufen, oder? Na, ich stehe hier. Ja. Ja. Ey, ist das cool. Also wenn ihr euch... Wenn ihr mal ein gutes Foto machen wollt, macht es so. Hinter deinem Gesicht. Ja. Dann springt ihr auf den. Dann springt ihr auf den. Geh da hoch, weil da hoch ist ein Sterne. Wahrscheinlich. Hochspringen. Spring oben drüber. Stempel! Geh mal so, dass du mich holst. So geht's auch. Du gehst oben, ich geh oben. Du gehst oben. Ich geh oben, du gehst oben. Wir haben Sterne gesehen. Ha, ist egal. Aber ich bin weiter oben. Ja und? Und ich habe zwei Sterne-Code. Das sind 4.000 Punkte in mir. Nein, ich habe hundertprozentig 10.000 Punkte. Hey, das ist so ein... Oh. Komischer Pilz. Nein. Das ist so ein komischer Bumper. Ich weiß nicht, wie die... Wie heißen die? Kannst du mir in die Kommentare schreiben? Schau dir das an. Aber das waren nur... Legendär! Es sind nur... Es sind nur... Äh, warte. Es sind nur 7.000 Punkte. Es sind nur 6.000... Keine Ahnung was. Ja, ist egal. So, also ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier in den Wölkchengebirgen... Wie heißt das Level? Schicht in der Fuzi-Fabrik. Okay, da sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann sehen wir das Ende von dem Level. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!